Ich hätte noch ein paar, die wollten wir mal machen. Weißt du, wenn ich schon sehe, dass das Symbol unten rechts mit dieser Netzwerkeppe nur jedes Mal rot auflackert, da weiß ich schon, Kacke ist am Dumpf. Weiß mal auf, wir können es auch, also wir hatten es ja schon mal und dann warst du der Host und dann ging alles sauber. Ich hatte damit keine Probleme. Vielleicht sollte man es echt mal umgekehrt machen. Ah Gott, werden doch jetzt noch hier diese paar Stecken da hinkriegen, das gibt es ja noch. Ah, da war der Klappefleck, da fahren wir nun vorbei. Äh, nein! Nur um dann das Lineal auszulassen. Boah, jetzt habe ich nicht gesehen, wo ich... Mann! Wir mitten in der Kurve hängt das Bild kurz. Was denn, du durftest auf die Ca... Oh, Casting Couch, ist doch alles gut. Sag mal, jetzt hör doch mal auf! Assi, KI, echt ey. Ich glaube, es könnte eng werden. Nur so habe ich einen Verdacht. Ich glaube, das geht nicht schon. Ich weiß nicht, was du meinst. Oh. Oh, oh. Oh! Ah, das Eck! Ich war das erste Mal jetzt an dem Eck regulär. Jetzt hat sie mal vorher irgendwo rausgeflogen, also sorry. Probieren wir es nochmal. Na, na, na. Also für alle Zuschauer draußen, ich habe das im Solo-Play schon durch. Das liegt nicht an mir gerade. Was? Willst du mich gerade verarschen? Nein! Ich wollte damit nur sagen, es liegt... Ja, es hat sich aber verdammt so danach angehört. Ich wollte damit nur meinen eigenen Arsch retten. Indem du meinen ins Feuer wirfst. Na super. Ja, was soll ich denn davon halten, wenn du sagst, es liegt fein nicht an mir? Es liegt nicht an meinen fadlichen Fünsten. Das hast du so nicht gesagt, mein Freund. Oh man, das habe ich aber gemeint. Ja! Ich muss mal zwischen den Zeilen lesen. Mein Gott, ich hoffe ich nicht durch die... Ey, sag mal, was ist denn hier? Naja! Oh, das war lustig gewesen, wenn du das noch hingekriegt hast. Ne, ich kriege hier gar nichts hin. Ich kriege hier gar nichts hin. Was ist denn das von einem Essen? Das ist heute so scheiße. Oh, ich lebe noch. Ich fahre noch. Zwar nicht mehr lang, aber ich fahre noch. Und weg. Ey, das kann ja nicht sein, dass wir nicht mal ein einziges Ding gewinnen. Ja. Oh Gott, ey. Ich fühle mich hier wie Trabatoni. Trabatoni? Flasche leer oder was? Flasche leer. Ja, genau. Kannst du nicht mit so uralten Kamellen anfangen? Das kennt doch keine Sau mehr. Das ist die Frage, die es zu fern gilt. Wer Trabatoni kennt, macht mir bitte ein Like in die Kommentare. Oder irgendwie sowas. Also derjenige, das sich versehentlich auf den Kanal verlaufen hat, bitte einmal liken. Oh shit, da war ja noch was. Oh man, ich dachte, da ging es jetzt straight gerade aus. Warum kann denn die KI so assi fahren und ich bin der Leidtragende? Das kann doch nicht wahr sein. Wow. Ich bleibe in dem blöden Ordner hängen. Wir waren so gut im Rennen. Jetzt hat nur dieser Fischl-San-Energie gefehlt. Oh, dieser Scheiß, ey. Äh. Stopp. 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 Mann. 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 Ich weiß nicht, woraus du die Etiketten machst. Weißt du das? Vor allem, dass es ja wieder kontraproduktiv. Umso mehr ich saufe um so mehr Etiketten supplements, glaube ich ja quasi. Irgendwie ist das schon strange. Boah, hast du das gesehen da hinten an der Ecke gerade? Weißt du, dass ich gerade selber ums Überleben kann wie? Oh, 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 oh! So ungefähr, genau das istesaustür. Diese Scheißstifte! Ich war so... Nein, ach, ich vergesse die Ecke immer. Nee, nee, halt nicht für so nett. Auch das kann nicht sein, dass wir schon wieder sowas von abrufen. Du hast doch dieses scheiß Spiel schon durch. Ich mach jetzt mal fertig. Ich würde ja gerne, wenn du mal hier eine vernünftige Verbindung bereitstellen würdest zu dir. Bitte? Bitte? Bei mir hat schon der Internetanbieter angerufen und hat mir gratuliert, weil ich so eine tolle Leitung habe. Also jetzt, also hör mal auf hier. Ja, du bist die Leitung, super. Ich meine, du merkst von deinem eigenen Upload wahrscheinlich nichts. Oh Gott. Oh Gott. Ah, ich krieg dich die Krise, ey. Siehst du, da fängt sogar die Bayer an zu schweigen. Wie die KI vorgesetzt wird, hast du es gesehen? Nein. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr mitfahren. Ich mach, es ist, es macht keinen Spaß. Nein. Also, während Daniel ja so wunderbar die Kohlen aus dem Feuer holt, können wir ja gleich noch sagen, es gibt demnächst, also in 1, 2, 3 Monaten, soll es wohl so eine Battle Royale-Variante von diesem Spiel geben, online. Und da werden wir uns natürlich auch dran versuchen. Werden wir das? Werden wir nicht? Weiß ich nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass du wahrscheinlich dann dein eigenes Auto aus Lust zerstörst, nur um quasi es dem Auto handzuzahlen. Ja, aber das kann dir ja dann wurscht sein, du kannst ja trotzdem in den Sieg fahren. Sag doch mal so, wir spielen das nur dann, wenn es kein Remote Play-Together ist. Kann es ja gar nicht geben. Es muss ein Multiplayer sein. Was sagt das? Hallo, das ist Battle Royale. Viele Online-Spieler gegeneinander. Ja, keine Ahnung, vielleicht ist das einfach nur ein Band-Spiel oder so. Ach, geh. Das macht doch heute keine Sau mehr. Weiß ich nicht. Natürlich wird es eine Online-Variante geben. Wow, ich werde jetzt mega an dem Ding hängen geblieben. So wie jetzt gerade? Ja. Aber ich habe immerhin einen Punkt geholt, also das muss man schon mal loben. Oh. So mal hier. Ja, das... Och, Mann. Wie viele Büro-Dinger haben wir noch? Das ist die zweite Strecke, oder? Oder das ist die dritte? Also eigentlich hatten wir ja geplant, wir machen danach noch irgendwas anderes. Aber ich glaube, es wird heute keiner noch mehr geben. Das einzig, was ich danach mache, ist das Ding zu deinstallieren. Was? Wenn die ganzen guten Updates, die irgendwann kommen werden, wirst du dann auslassen. Könnt ihr mal langsamer fahren hier? Hallo? Hallo, ich muss mal einen Punkt holen. Oh. Ey, wie so ein kleiner Dötzer am Ordner so viel Schaden verursacht. Das ist so Quatsch. Ey. Oh. Ich habe mich so rausdrückt. Oh Gott, ey. Ich fahre nur... Ich habe nichts bewegt. Ich habe sogar die Hände vom Steuer. Ich fahre nur gerade aus. Ich weiß nicht. Das ist aber gefährliches Fahren, das weißt du, ne? Da guck mal, wie ich da... Da guck mal, was für Punkte ich da sammle. Wir haben euch diese Kaliber gekickt. Ah, jetzt... Ey, egal was ich mache. Du hast es immer dann für mich vorbereitet. Ich könnte fahren wie ein Gott. Das heißt, ja, weil ich den Abgrund untergefallen bin, hast du gewonnen. Genau. Aber ich meine, über sowas diskutieren wir ja nicht. Weil von, wie Gott fahren, da bist du noch ein bisschen von entfernt. Oh. Oh. Der Plan war gut. Die Umsetzung war, naja. Ja gut. Es war halt einfach dieses... Ey. Ich will nur von links nach rechts und dann... Oh Gott. Dieses Spiel. Ich habe mich schon in Führung und dann... Ah, come on. Jetzt mach doch mal flüssig hier. Mach doch mal flüssig. Du warst doch gerade drin. Ja, gerade eben. So nett. So nett. Ja, genau. Krieg mich raus. Alles gut. Ja, ne. Weißt du, ich krieg uns kein besser steuern. Alle anderen sind schuld, ich weiß. Können wir jetzt mal diese Scheiße einfach... Ich spiele eigentlich schon durch. Ja. Hey, willst du... Pass auf. Wir brechen ab. Und du spielst es jetzt solo einfach durch. Und ich mach Brummgeräusche nebenbei. Und tu so, als ob ich... Was, was ist... Was war denn das jetzt? Der Bildschirm ist nicht hinterher gekommen. Und ich kipp einfach... Was ist denn das für ein Fuck? Muss ich zuvor auch noch auf die Bremse oder was? Ey. Da mich einfach nur weggekickt wäre. Man! Könnt ihr euch mal jetzt gegenseitig raushauen? Drückt mich doch nicht da hin. Ach, Kacke. Das war zu früh. Ah! Diese... Arschkrampen. Waa... Warum? Boah. Boah. Ich war hier so... Nachschützung... Oh je, oh je, oh je. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß, ey. Das ist... Ich kann hier nur schätzen, wo ich hinfahre. Das ist... Nee. Doch, das hat wundersch... Nee. Das hat wunderschön... Warum bist du das heute so scheiße? Das hat wunderschön ausgesehen. Ja. Du kriegst das... Du kriegst das Styling-Punkt. Nein. 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 Na fuck off, ey. Okay, da geht vielleicht so ein bisschen auf meine Kappe, aber nicht auf sich... Oh, come on. Ernsthaft. Wow. Wow. Ich frag mich jedes Mal, warum du überhaupt solche Spiele mit mir spielst. Du weißt, dass ich die nicht kann. Hä? Und welche Spiele sollen wir dann spielen? Keine Ahnung. Memory oder so. Aber dann auch die nur für ab Vierjährige. So mit Vier Karten. Wie viele Züge brauchst du dann? Drei? Es könnte ein bisschen dauern, ne? Gibt ja schon ein paar Kombinationen, die jemand da machen kann. Oh, come on. Das ist so meine... Oh, ich kapier die Ecke nicht. Entweder bleibe ich zu früh hängen. Oh, man. Und tschüss. Ich würde einfach nur gekriegt, Mann. Ja, das habe ich gesehen. Ey. Diese Assis, ey. Das ist ja schlimmer wie menschliche Spieler. Da könnte ich es ja nachvollziehen. Mann, die Kai ist ja echt schlimm. Die habe ich weggekickt. Oh, Gott. Oh, Gott. Will ich einfach nur runterkugelieren? So, es tut mir leid. Den Punkt verlieren wir ab jetzt. Oh. Das erste Mal. Nein. Huf. Hey, jetzt geht's los. Jetzt habe ich die Kurve kapiert. Du hast die Kurve bekommen, ja? Ja, aber hallo. Mein Gott. Mein Gott. Mein Gott. Liebe Entwickler. Patch ist das fucking Spiel und baut da einen richtigen Multiplayer ein. Das kann es doch nicht sein hier. Die 5 Euro müsst ihr doch haben, um die Scheiße zu entwickeln. Das kann doch nicht das sein. Wie lieb du erst bist und dann die Entwickler so dermaßen disst. Ja, ich meine, wenn die so ein Spiel machen können, was ja echt nicht schlecht ist, dann bitte doch auf... Ach, komm. Hast du das gesehen? Wie die KI sich vorgebeamt hat? Die wäre weg gewesen. Eie. Ja, du als Spieler wäre weg gewesen. Ach, komm, Mann. Nur vom Beispiel. Also, das ist ja wohl das allerletzte. Das hat mich nicht glücklich gemacht. What? Was war das? Ich hatte auf... Ich hatte auf einmal Schubdüsen. Also, quer über die komplette Büro... Zimmer durch. Ich glaube, ich stecke auch in der Wand. Da, schau mal. Da, schau mal, ne? Jo, und zu... Sorry. Um geht's mal. Ach, Gott. Ich hatte doch gesehen, wie du einfach so abhebst und dann so komplett über den Bildschirm fließt. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Ey, ey, ich wollte gerade sagen, jetzt... Oh, oh. Blauer Becher ist böse. Weg. Oh, der KI hat das nicht gemocht. Und weg. Was ist mit dir? Warum bist du nicht da vorne dabei? Ja, weil... Weil ich einfach das so... Oh, Gott. Ey, Moment. Du hast... Du warst noch im Rennen. Du hast mich blockiert. Du bist vorne gespawnt. Du hast mich blockiert. Ja, ich hatte es in der letzten Sekunde noch gesehen. Also... Man. Ich habe es schon aufgeben, weil ich sowieso hier nichts mehr an irgendwas glaub. Ach, ich glaube, die KI sind nicht unser schlimmster Feind. Wir sind unser schlimmster Feind. Ach, was. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Sei ruhig. Ich wollte dir noch Mut zu sch- Oh, 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 oh. Hey, hervorragend. So, jetzt hast du die Verfolgung. Da bist du eh mal besser. Leute zu verfolgen. Was soll das jetzt heißen? Maaan! Das Schöne ist, ich mach genau den gleichen Scheiß. Schön. Oh oh. Boah, wir haben gepunktet. Weiß es noch nicht wie, aber wir haben es geschafft. Ach, hey! Hast du mich da aus dem Kopf gekickt? Nee, ich hab nichts gemacht. Die haben mich gekickt. Ich war auf der komplett anderen Seite. Oh, come on. Ich stand aber auch immer so scheiße, dass ich direkt irgendwo reingedrückt wäre, wo ich nicht weiterkomme. Maaan! Ich bin mal gespannt, wie viele Folgen das werden. Wahrscheinlich so 100 oder so. Ich fühl mich wie nach so'n Marathonlauf. Ich bin schon durch. Nein! Nein, lass mich doch einfach... Lass doch kommen, ey! Nein! Nicht in den Taschenrechner. Hey, das sieht gut aus. Hältst du jetzt einfach mal die Banken, wenn ich da noch nicht fach? Lass denn, ich ermutige dich! Wenn du jetzt die Kurve mal richtig schaffst, dann nur den Sprung, dann wär das Hammer. Coole Sache! Ey! Du hast den Punkt! Jetzt kommen ja wieder fünf Niederlagen am Stück einheimsen. Mindestens. Spass! Super! Ich starte wieder ganz außen. Das ist doch kacke! Wieso? Jetzt bin ich denn da wie so'n Würfel durch die Gegend! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Es ist von mir klar, dass es mit dem Turboschreifen nicht gut gehen wird. Bitte? Ich hab den Punkt geholt. Was willst du denn? Das war voll geplant. Ich hab den Gegner verwirrt. Oh oh! Ich kann nix machen! Ich war einfach hier nur... Oh man! Ach komm ey! Soll ich jetzt natürlich wieder ausstatten, wo du mich gleich wieder wegdrückst, ne? Ja genau! Genau! Ich hab's gewusst! Du bist noch im Rennen! Naja, du warst im Rennen. Und jetzt wieder außen, natürlich, dass ich die Kurve wieder nicht krieg! Ja natürlich! Ey! Das hat so gut angefangen! Nein! Nein! Wo fahr ich denn hin? Bin weg! Ich möchte den Druck nicht erhöhen, ne? Wenn wir das jetzt verlieren, müssen wir wieder neu anfangen. Fibbi, sag nix! Sag nix, Fibbi! Ey! Wir sind wieder im Rennen! Voll geil! Ey! Diese Assis! Echt! Diese KI! Den musst du jetzt holen! Na toll! Alle Hoffnungen beruhen auf dich! Rechtsrum! Rechtsrum! Nach hundertmal diese scheiß Strecke zu fahren, weiß ich so langsam! Ich will dir nur helfen! So als kleiner Navigator! Oh oh! Oh oh! Hätte ich jetzt rausfahren sagen sollen? Achtung! Da kommt Ölspur! Öl vor allen Dingen! Ach! Irgendwas, was langsam macht! Kaffee! Und scharf rechts! Sprung! Vielleicht! Hey! Wir sind so nah, aber noch nie! Oh, blaue Tasse! Huhuhuhu! Das war knapp! Oh! Das war knapp! Das war knapp! Das war knapp! Das war knapp! Oh Gott! Nein! Noch drei! Noch drei! Bye!